Heute für euch 10 schnelle Fakten über Videospiele. Los geht's! Nummer 10. Es hat 6 Jahre gedauert, bis Nintendo die Technologie entwickelt hat, dass Mario auf Yoshi reiten kann. Sieht wohl einfacher aus, als es ist. Und die Nummer 9. Die Level in Zelda sind angeordnet wie bei einem Hakenkreuz. Allerdings ist die sogenannte Zvartiska gerade in Asien ein heiliges Symbol. Das übrigens in die andere Richtung zeigt, als das der Nazis. Und die Nummer 8. Die Assassin's Creed Serie erhält nicht nur einen, sondern ganze zwei Weltrekorde. Die Entwickler haben es nämlich geschafft, jeweils einen Nachfolger des Spiels in weniger als einem Jahr rauszubringen. Zugegebenermaßen macht sich das an einigen Stellen auch bemerkbar. Aber die Weltrekorde haben sie trotzdem in der Tasche. Und weiter geht's mit der Nummer 7. Bei Nintendo of America sind die Toiletten für Frau und Mann nicht wie überall sonst mit einer standard weiblichen und männlichen Figur gekennzeichnet, wie wir das kennen, sondern mit Luigi für die Männer und Peach für die Frauen. Wenn das mal nicht cool ist. Und weiter geht's mit der Nummer 6. Beim Release von Halo 2 gab es Verzögerungen, weil einer der Entwickler des Spiels ein Foto seines Arches im Spiel verbaut hat. Die Macher mussten dieses Foto dann erst einmal ausfindig machen und es aus dem Spiel entfernen, bevor es dann ein wenig verzögert auf den Markt kam. Nummer 5. Der Schäferhund aus Call of Duty Ghost ist der meistgefolgte virtuelle Hund. Er hat auf Twitter über sage und schreibe 26.000 Follower. Und diesen Hund gibt es nicht einmal, Freunde. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 4. Kurz und knackig. Leute, die viel zocken, können schneller Informationen aufnehmen und rascher Entscheidungen treffen. Wer hätte das gedacht? Und die Nummer 3. Der japanische Videospieler Toshuyuki Takahashi hält den Weltrekord im schnellsten Drücken einer Controller-Taste. Er schaffte es 16 Mal pro Sekunde, die Taste seines Controllers zu drücken. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber das ist auf jeden Fall schon ziemlich schnell. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 2. Satoshi Tachiri, besser bekannt als der Erfinder von Pokémon, bekam seine Idee zum Spiel, da er früher als Kind viel Raupen sammelte und so fasziniert von der Entwicklung der Raupe bis hin zum Schmetterling war, dass er sich dachte, das Prinzip muss man doch irgendwie auf ein Spiel anwenden können. Und so entstand Pokémon. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Wer hätte es gedacht? Die erste Playstation wurde ursprünglich von Nintendo bei Sony in Auftrag gegeben. Nintendo hatte den Auftrag dann aber aus verschiedenen Gründen gecancelt und Sony entwickelte die Konsole weiter. Tja, das hat sich dann wohl gelohnt. Pech für Nintendo. Wenn ihr Freunde habt, die gerne zocken, dann teilt dieses Video mit ihnen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!